Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 5 meistgeklicktesten Videos auf YouTube. Ich werde euch die Videos einzeln vorstellen und euch natürlich die Links zu den dementsprechenden YouTube-Videos bereitstellen, damit ihr sie auch selber anklicken könnt. Und nun viel Spaß bei den Top 5 meistgeklicktesten Videos auf YouTube. Platz Nummer 5. Mascha und der Bär. Das Mascha-Speziale von GetMovies hat insgesamt 4,24 Milliarden Klicks und ist seit dem 31. Januar 2012 auf der Plattform YouTube zu finden. Platz Nummer 4. See You Again von Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Insgesamt hat der Clip über 4,46 Milliarden Klicks und ist seit dem 6. April 2015 auf der Plattform zu finden. Platz Nummer 3. Shape of You von Ed Sheeran. Der Song ist seit dem 30. Januar 2017 auf YouTube und hat insgesamt über 4,68 Milliarden Klicks zu verbuchen. Platz Nummer 2. Der Baby Shark Dance. Von Pingfong, Kids, Songs and Stories. Dieser Clip ist seit dem 17. Juni 2016 auf YouTube zu finden und hat insgesamt über 4,84 Milliarden Klicks zu verbuchen. Und zu guter Letzt der Platz Nummer 1. Despacito von Luis Fonsi hat insgesamt über 6,68 Milliarden Klicks. Und ist seit dem 12. Januar 2017 auf YouTube und ist damit das erfolgreichste YouTube-Video, was es je gab und das meistgeklickteste. So, das war es auch schon mit den 5 meistgeklickten Videos auf YouTube. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schreibt es mal in die Kommentare, welcher davon euer Lieblings-Clip ist. Ansonsten, falls ihr vielleicht ein ähnliches Format sehen wollt, wo wir uns die besten Videos des letzten Monats auf YouTube angucken, dann schreibt es mal in die Kommentare oder falls ihr Anmerkungen habt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal!